Ich bin die Jenny vom Heu Neckarhof und ich bin davon überzeugt, dass das meiste, was unser Körper braucht, direkt bei uns in der Region wächst. Unser Heu Neckarhof befindet sich direkt in Sankt Marain bei Graz. Wir sind ein Obstbau und ein Obstverarbeitungsbetrieb. Neben unserem frischen Obst, wie jetzt die Äpfel und die Birnen, haben wir im Sommer Pfirsiche und Zwetschgen. Und die Leidenschaft von meinem Mann ist es auch, aus dem frischen Obst richtig gute Produkte zu kreieren. Wir gehen mit dem Lauf der Zeit und probieren auch immer wieder neue Sachen aus, um unsere Kunden auch immer wieder mit neuen Produkten zu überraschen. Meine Leidenschaft ist die regionale und saisonale Ernährung und deshalb gibt es direkt bei uns am Hof auch einen ganz lieben 24 Stunden Selbstbedienungshof. Da gibt es eben unsere eigenen Produkte und auch viele regionale Produkte von anderen Bäuerinnen und Bauern. Das Schönste für mich ist, wenn ich einfach weiß, woher unsere Lebensmittel kommen. Man muss dem Körper Gutes tun, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Als Ernährungs- und Resilienztrainerin möchte ich dir sagen, schau gut auf dir und auf deinen Körper, greife immer mehr zu regionalen Produkten und hab den Mut, deinen Weg zu gehen. ScPR.